So, und damit ganz gechillt in die Dooku mit Ethan aka Fabienne aka ATS But God aka dem coolen Boy, der kurz vor der Promo steht. Er hat 80 LP, wir versuchen mal, dass er 20 LP bekommt und damit die Promo sich erspielen kann. So, Spiel geht los, Geist. Genug Sachen gezeigt. Ah, gucken wir mal. Okay, die Zoe ist anscheinend ein Smurf, der hat 64% Winrate, 69 auf Zoe ist das gewollt, 69, die ist das, du weißt. Wird so bleiben. Shane Warden, by the way, guten Moin, Moin. Was geht? Schön, dass du im Chat bist. Gegner sind alle Average Motherfucker. Okay, unser Wo-wo-wo-what? Ohhhh. Ey, die krieg Komet ab und läuft in mich rein. Okay. I guess Dark Harvest ist halt einfach für den, wenn du alle weg holtest, dass die daran sterben man Dark Harvest. Ah, fucking. Komisch, dieser Warwick. Ich glaube, er wollte den Q von Lee Sin flashen, aber es war viel zu früh. Er hat gar keine Ahnung, wie die Cooldowns von Lee Sin sind im Early. Gibt es irgendeinen Trick bei Balloons? Manchmal spawnen 10 Minuten KNA? Ja, das ist, äh, ich kenne das Gefühl. Als Zoe Main. Gerade in den schwierigen Matchups habe ich das Gefühl, spawnen die einfach nicht. Ich weiß ja die, wo du das Blumen hier unbedingt brauchst. Aber nein, es gibt keinen Dreck. Oh mein Gott. Boat Lane hat doppel Flash und, äh, X-Force verbraucht. Ja, unser Warwick ist komplett Garbage. Ja, ich hätte eben zwei Kills holen können, aber er ist nicht geflasht dafür. Flash eh und der Warwick. Warwick hat gar keinen Flash mehr. Warwick hat oben schon sehr, 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 sehr useful geflasht. Kapper. Oh Gott. Jetzt kann ich 30 Gold im Spawn warten. Ja, Fun. Nein. Ein bisschen verpiss dich doch einfach. Mhm. Ah, weil Played Warwick. Warwick, du bist einfach der Superior-Jungler. Das ist ja der Grund, warum wir gerade gewonnen haben. Hm. Die Bitch ist so tanky, man. Das ist so ridiculous. Ich habe keinen Mana bevor sie stirbt. So, sie hat mehr HP als ich Mana habe. Mhm, okay. Also als Mage hat man eigentlich am Anfang immer mehr Mana als Leben Ja ich meine, bis ich sie down genug habe, habe ich keine Mana mehr, also sie ist way too tanky Oh, fast Ehre, Mate, fast Ehre Oh, Ehre, 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 Ehre Oha, Ehrebruder Jesu, wo kommt das her von ihm? What? Insane Der hat Bottling so geintet bei seinem Gang Ich weiß es auch nicht, auf einmal macht Worvik an Er hat mich mal R gedrückt Worvik macht einfach an Carry me Senpai Ja Ich gehe die ganze Zeit eigentlich nur für Diana nach aber sie weiß es nicht nach so hast du ja ja meine old oh mein gott brand old carried das meine brand old war insane oh friss friss schade ok rennen noch weiter weg na die rennen die belt glaube ich ja halt manche aber wenn man selber djinn spielt fühlt sich oft so schlecht an wie weh hat er wirklich versucht na so wie das wegzustehen macht halt legit 4000 schaden an dem ding ok der flash und mich schlecht nennen er kann ja nicht mal e drücken gleichzeitig nach dem flash warte 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 oh oh manu na die sind bortzeit we take it take me to church na so in mitte pushen oder wir töten alle nene mitte pushen ist schon irgendwas geflasht der richtige call denke ich ich glaube der rennenken ist geflasht oh du machst so viel damage na gut shit so oh shit du hast ja 10 flashs hier aua noch einer die waren so viele flashs ich glaube ich muss alle flashs vom gegner pingen eigentlich ja die haben alle geflasht oh no li du motherfucker aber sieg ein bisschen lauter kriegen wir hin das war die ganze flashs mal geklippt ja das war flash city eh ich habe die ganze flashs mal geklippt ja das war flash city eh okay wir wurden gerade komplett hops genommen komplett gehöpst komplett äh warum in silber duke hier in silber ist doch silber oder nein in gold 4 ok oder promo von gold 3 schon von unterschied ich glaube die gegner wollten eigentlich machen aber ich ist wie denn die haben die können nicht machen der ohne sie jetzt eh nicht auch so nicht glaube ich ich bin alle wie bots ich bin alle wie bots also der hikarin war jetzt eher kein bot körper der dich gekämpft hat der wusste was er macht naja also auch so ein unfairer champion der hätte der ist generell ein unfairer champion der hat halt keinen counterplaner ja es war lustig wenn er in der e noch äh wenn er so ein buff hätte wie eine olaf dass er ans doppelbild ist wenn wir den töten können wir baron machen ja ok der ist dort ich wollte ihn gerade weg holten einfach einfach ohne viel reden meinst du ohne viel reden einfach weg holten hey bleibt doch hier ja ist ok wir können doch einfach top lane pushen baron machen das immer so Zeitverschwendung ja jetzt gerade können wir auch ohne baron was pushen ok ja push halt bot lane komplett ja aber poppy geht EBS komm einfach her poppy hat abgebrochen ja geh ich steffen I guess ihr habt das ja 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 last try bitch now just sit the fuck down fucking retard hey die haben keine ahnung wen sie prion müssen die hat uns gerade beide gewohnschottet ja auf 25k zum moderator pok nice dann habe ich hier vielleicht auch mal einen fegen moderator alter gut dass poppy nicht besser gegangen ist sondern ich ok ja outplayed sonja ist outplayed das ganze team but how clean am I zum glück ja zum glück bist du da sonst wäre das game los ja ich könnte mir beenden aber egal äh die jinn die minions sind da unten ne das ist einfach so unlucky als unmobiler mage gegen Diana spielen zu müssen ja ja jetzt sehen wir was neues ja 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 Hör, wie? Ihr pusht, wir dürfen Bord, oder? Wenn der Renekon... Okay, er kann kein 1000 IQ sein, wir machen schon so viel Schaden am Tower ohne Minions Hätte er jetzt die Minions holen können in der Mitte Wir können eigentlich hier trappen, ne? Ich hab ruhig Wir haben auch keine Vision hier drauf Ah, hat doch funktioniert Volker gleich Ulti Ja Er platzt einfach Ich hab schon das nächste Opfer Nicht diesmal Minions, nicht diesmal Einfach aus Panik in Sonja gegangen Schöner dodge von der... Okay Ja, keine Ahnung... Makro technisch sehr fragwürdig, aber ja Hä, also der... Dass wir da auf den Lucian gewartet haben in Bush War Makro 100 plus? Ja klar, aber... Von den Gegnern auch fragwürdig Aber gut, I take it, win 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 is a win Yes Komm her Minions Oh, hau ihn total kaputt Sehr schön Und jetzt der plus 20 Ja Du hast es gecallt Ich kann jetzt natürlich nicht sehen wie viel, aber auf jeden Fall waren 20 und ich krieg maximal 21 also... Ja 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 Ja